Hey, weiter geht's mit, uh, aha, ich musste mir eben kurz angucken, was OBS mir sagt, ähm, das ist echt nicht gut, ich frag mich, ob das auch wohl auf die Auswirkungen hat, oh Gott, nicht gut, hey, Friends, ähm, gut, wo bist du, okay, ich benutze zu selten die Granaten, fällt mir grad ein, gut, ach, noch ein Revolver, Dingens, was ist denn hiermit, kannst du halt auch das hier aufbekommen, weil, da drüben sind, okay, shit, nicht gut, Oh Gott, okay, Moment, erster Einsatz der Granaten, wuh, Es hat tatsächlich geklappt, wow, Cool, ist hinter mir noch irgendwas, das ich so brauchen könnte, ich glaube nicht, okay, Oh Gott, ey, du, Ich denke mal, das ist richtig, okay, da hat sich viele Granaten liegen, ja, wow, ich bin einfach so ein Brain, echt, ach, Wow, mir liegt nichts, Okay, Dann, die Schrotflinte wieder, Wow, Okay, 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 Gut, Gut, Wenn ich noch eben kurz umgucken, Wow, Und Ladedaten, Ladedaten ist immer so ein gutes, Also ein positives Gefühl, so ein Gefühl von Bestätigung, weil ich einfach weiß, ich komme weiter, Oh Gott, warum hast du mich denn gesehen, du Arsch, Ich kann mich einhelfen und Sie gegen den Bein einsetzen, Stell dir auf Kontrollmarken Verteidigung, Warnung, Bösartige Virenstelle entdeckt, Mehrfasen, Kern und Programmierung entdeckt, Gut, Wow, Ich verstehe nicht, muss ich jetzt hier raus, oder nicht? Ach, ich könnte da raus, okay, Okay, ich lasse einfach mal die Maschine das machen, weil ich, kann das nicht? Hallo? Wow, Echt interessant, Wow, Oh Gott, Ich höre richtig, oder? Ähm, Okay, Shit, Shit, Ja, Schriftwinde auf Entfernung, Wuhu, Ich bin wieder ein Genie, Ah, ich hätte gerne HP, Oh, Hi, Nicht gut, Wow, Da wird viel Munition rumliegen, Ich bin gleich bei dir hoch, Ja, Oh, Hi, Okay, Alles gut, Wir haben uns gerade erst gesehen, Über diese Station scheint der Zug ab leichter zu sein, Okay, Da ist sie, Da ist sie, Augenblick, Wie hat, In deinem Gebiet, Deswegen rufe ich nicht an, Was hat sie vor? Oh, Oh mein Gott, Die Daten waren etwas übereifrig, Sicher, Aber, Wir konnten ihn nicht gehen lassen, Besonders dafür, Und Freeman zu passen ist, Hätten sie auf mein Signal gewartet, Hätten sie jetzt Freeman, Ah, Wir waren uns nicht gerade sicher, Ob das noch passieren würde, Menschliches Blut ist dick als Wasser, Dr. Green, Wie ich bereits sagte, Sie können Elis Zustimmung nicht erzwingen, Sie müssen ihn selbst Ich kenne Dr. Vance viel länger als du, Judith, Deine Gefühle für ihn haben dich wohl geblendet, Gefühle? Mit Gefühlen hat das nichts zu tun, Fakt ist doch, dass wenn Eli Vertrauen hat in unser... Da gibt es nichts zu besprechen, Dr. Mossman. Bitte, Dr. Green. Bedauere, Judith, Ich habe keine Zeit. Diese, Das glaube ich nicht! Auf geht's, Godin, Jetzt muss es wirklich schnell gehen. Geh schon voraus, Ich knacke die nächste Sicherheit, Ich komme danach, sobald ich kann. So eine blöde Kuh, Ich wusste, dass da was denn stimmt, Wenn sie meinen Namen nicht aussprechen kann. Außer es ist Black Mesa, ja? Oder Mesa? Fuck. Auf jeden Fall nicht Black! Mann! Ich muss ja mal googeln, wie das wirklich ausgesprochen wird. Da bin ich so unsicher. So, die wird sowas von sterben. Boah, ich knall ihr in die Fresse. Okay, war nicht so gemein, sie muss nicht sterben. Ja, ich lass sie leben. Okay. Okay. Hm, oh, hey! Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass ich hier ins Wasser darf. Sagt er und springt ins Wasser. Wow. Okay. Gut, ich, äh, glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Okay, das Ding ist schon tot. So. Huh. Okay, Moment. Aua. 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 Shit. Gut. Ah, da liegt Revolver-Munition, glaube ich. Hm. Gut. Ähm. Okay. Also, von hier aus komme ich da ja nicht hin, aber... Da liegt doch, äh, Revolver. Aber, fuck. Ah. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wie komme ich hier raus? Aua, Mann. Hm. Also, ich bin jetzt hier. Was soll ich denn hier tun? Ähm. Hm. Das hier sieht aus wie etwas, was ich benutzen könnte. Hm. Okay. Frage. Wie? Wo warst du als Obi? Ähm. Hm. Vielleicht auch gar nicht. Oh Gott. So. Wow. Oh shit. Ich hab echt wenig HP. Okay. Ja. Stopp. Gut. Das, das, das wäre doof gelaufen. Für Goden. Okay. Hm. Okay. Hi. Gut. Ich bin voll. Super. Hm. Ähm. Nicht gut. Gut. Schottelhinte. Kontakt ist jetzt in Block B.A. Warnung. Woher weiß sie das? Woher? was für sichtkontakt ich bin nicht hier okay ich brauche auf jeden fall das hier glaube ich ok ok Okay Gut Wo bleiben die Gegner? Okay Moment, was hat die Aufnahme? 15 Euro, das ist okay Wow Shit Okay, doof Ja, das hat sich mit der Tür mal schnell erledigt Nein Stopp Ah Okay Okay, 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 okay Oh Gott Welche Türme? Die sind schon längst tot Ah Ich kann die wieder hinstellen Okay, das wüsste ich nicht Ah Mann Okay Okay Ah Okay Ah Ah Stop Stop Ah Nee Okay Okay Gut so, ihr wisst was gut ist Okay 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 Oh Gott Gut Wieso kann ich das mit der Waffe nicht, hm? Wieso kann ich das mit der Waffe nicht, hm? Ein was? Irgendwo muss ein was sein? Hallo? Ich hab dich nicht gehört Ich hab dich nicht gehört, die schießen zu laut Oh Gott Gut Ah Hm Hm Okay Okay Ich ähm So Okay Gordon, ich lasse das hier sein und komme jetzt zu dir. Wir sehen uns dann gleich Ja Ja Kannst du das hier aufmachen? Gut Okay Machen wir wirklich Mossman suchen, können wir nicht einfach, keine Ahnung Dann Irgendwie alles hier retten und sie einfach in Ruhe lassen Warte, ich muss mich eben kurz heilen Wenn sie gleich stirbt, ne? Weil sie vorgelaufen ist, dann raste ich aus Gut Aha, dann muss ich noch eben kurz umgucken Okay, ist nichts Stopp Ne, alles gut Lade Daten Yes Lade Daten Verzeihung Was denn? Oh Gott, nicht gut Warte Warte, nicht sterben Okay Nicht sterben Ich sagte nicht sterben Okay Oh Gott, Granate Warte, nicht So Hast du das überlebt? So Hast du das überlebt? Oh, komm ey Okay Warte Wir kommen beim nächsten Mal Bis dann Tschüss 2 4 4 5